Es wird Zeit. Zeit, etwas Neues zu entdecken. Die weißen Flecken auf der Falkland-Karte müssen ausgefüllt werden. Es wird Zeit für ein neues Album von Tianan Auk. Bastard Rear. Unser erstes Instrument. Mit dem aktuellen Arbeitstitel, Cancelled, Bastard, Revised, Geek, Geek. Die Story ist, wir haben mit dem Bastard, Bastarden, den Augsburg-Spiel mit dem Sänger, mit dem Bastard, Bastardinos, hat sich beim Runtertragen Geek ausbellt und haben ja gleich eine Probe nachgedacht. Eine Hommage an den Sänger von dem Bastard, dass er sich immer daran erinnert, dass er alle Leute klingt. Wie spannend, was die EU-Aufthemen jetzt sich bringt. Jetzt können wir das, aber ich glaube nicht. Unser zweiter erstes Instrumental, den wir machen, vielleicht überlebt den ersten Auftritt. Toi, toi, toi. Toi, toi. Musik Musik